In unserem Online-Dossier Feminismus wollen wir eine Bandbreite von Themen, Akteurinnen, Kontexten und Zugängen zeigen, die aus unserer Sicht in der Stiftung und vielen Feldern weltweit und hierzulande bearbeitet werden und mit der Frage, was eine feministische Gesellschaftskapitalismusanalyse bedeutet, wenn man sich Verhältnisse vor Ort an unterschiedlichen Orten anschaut, wenn man sich soziale Kämpfe anschaut und politisches Ringen um die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit und mehr Geschlechtergerechtigkeit. Da spielen Fragen rund um den Care-Sektor eine große Rolle, weil sie einfach gerade sehr prominent umkämpft sind. Da spielen aber auch Fragen der Rechte von Frauen zum Beispiel in Lateinamerika eine Rolle, wo das Thema Feminizide, also Frauenmorde, ein virulentes ist, auch in der Auseinandersetzung unterschiedlicher Akteure, dort. Gleichzeitig haben wir es zu tun mit der Kritik rechter Interpretationen, gesellschaftlicher Veränderungen, wo die Bedrohung von weißen Frauen hierzulande durch vermeintlich schwarze Täter, die hierher Geflüchtete sind, gerade sehr stark auf der Agenda ist und man auf jeden Fall zurechtrücken muss, dass diese verkürzten Beschreibungen rassistisch wirken und nicht wiedergeben, was der Fall ist. Das beschäftigt uns gerade sehr im Zusammenhang von Rechtspopulismus, Antifeminismus, Antigenderismus. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der schon vieles für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen getan worden ist, bis hin zu Gleichstellungsgesetzgebung, Antidiskriminierungsgesetzgebung. Gleichzeitig sind die Ungleichheiten und sexistischen Verwerfungen nicht verschwunden. Und das muss ein Anlass dazu geben, zu überlegen, wie komplex oder wie umfassend man eigentlich die Frage angehen muss, wenn es darum geht, echte Gleichstellung herzustellen. Das ist keine Frage nur liberaler Rechte, die erreicht sind, das ist ein erster Schritt, sondern der materiellen Übersetzung, was das bedeutet, wie viel Einkommen jemand hat, wie viel Freizeit und wie viel Arbeitszeit gegeneinander zu setzen sind, wie frei man eigentlich ist als Frau oder welches Geschlecht auch immer. Das schließt ja nämlich ein, die Frage nach dem Geschlecht, dass es vielfältige Geschlechter gibt, wie man sein Leben organisieren kann, mit anderen zusammenleben kann, ohne dabei völlig in Stress zu geraten. Denn so geht es vielen im Moment. Und das hängt sehr stark damit zusammen, wie die gesellschaftliche Verfasstheit und Kapitalismus geprägt ist durch immer mehr, auch neoliberale Zwänge, die Arbeit ausbeuten, die das Arbeiten im Alltag anstrengend machen, jetzt der Lohnarbeit. Und gleichzeitig gibt es ja aber weiterhin alles andere, was man auch im Leben braucht und tut, um gut leben zu können. Und da knirscht es doch gewaltig. Und das fällt ja vielen Leuten auch auf, indem sie einfach merken, dass sie angespannt sind, gestresst sind, erschöpft sind. Und gerade wenn Verantwortung für andere mit übernommen wird, wie gesagt, Pflege der Eltern oder Pflege der eigenen Kinder, wenn sie noch klein sind, aber auch vielleicht der Pflege von Freunden und Freundschaften, die ja für ein gutes in der Welt sein wichtig sind. Linker Feminismus unterscheidet sich von vielen anderen Feminismen. Es gibt ja nicht nur den einen darin, konsequent Ausbeutungsverhältnisse geschlechterkritisch und antisexistisch zu deuten und natürlich vor allen Dingen auch zu bekämpfen und Analysen dafür zu liefern, wie sie zu verstehen sind, auf welcher Grundlage sie zustande kommen. Auch gegeben, dass Sexismus nie allein daherkommt, genauso wenig wie Klassenverhältnisse, genauso wenig wie rassistische Verwerfungen in der Gesellschaft und in Gesellschaften und Zwischengesellschaften. Nach 20, 25 Jahren neoliberaler Bearbeitung des Sozialstaats, der viel abgefangen hat und für die Verbindbarkeit von Familie oder Zusammenleben oder im Alter oder in Phasen, in denen man eben nicht vollerwerbstätig oder gar nicht erwerbstätig sein kann, dass an diesen errungenen Möglichkeiten auch stark gerüttelt worden ist und dass wir mit Einschränkungen, Rückschritten zu tun haben, einer Wahnsinnsprivatisierungswelle tatsächlich ja auch, wenn es um soziale Infrastrukturen geht, denn alles, was öffentliche Dienstleistungen sind, Gesundheit, Pflege, Schule, Bildung, Erziehung, stehen unter ungeheurem Kostendruck und das macht sich ja auch ganz klar bemerkbar. An Schulen, über denen von der Decke der Putz fällt und so weiter, aber auch am Druck auf die Erwerbstätigen in dieser Sphäre selber. Und wir wissen, dass man, das hat die Care Revolution oder ein Perspektivwandel nicht erst dann gesagt, man kann nicht schneller pflegen. Es gibt Dinge, die sind nicht rationalisierbar oder betriebswirtschaftlich zu denken und da knirscht es ganz gewaltig in der Insgesamtversorgung, in der gesellschaftlichen, darum ringen ja jetzt auch viele, unter anderem auch feministische Aktivistinnen, da Bewusstsein zu schaffen und für eine Umkehr nicht zurück zum Alten, sondern in Richtung einer neuen Bewertung und neuen Befassung mit dem Thema Care, Sorge, Selbstsorge auch, für eine andere Lebensweise einzutreten. Also uns geht es darum zu sagen, dass feministische Fragen kein Spezialthema sind, sondern etwas, was zu einer linken Analyse dazugehört, selbstverständlich und damit auch in die Breite und Weite der Stiftungsarbeit hineingetragen wird und werden soll. Und wir wollen gerne aufmerksam machen darauf, dass es da vielfältige Ansatzpunkte bereits gibt und wer Lust hat, möge stöbern und eine kleine Reise mit uns machen an die verschiedenen Orte, zu den verschiedenen Fragen und Akteurinnen und Akteuren, die dabei in den Fokus rücken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.